New Game Magic Rein in Lords of the Fallen Und natürlich auch beste Grüße an die Zuschauer auf YouTube Wir haben uns sehr auf das Game gefreut Soll größer sein als Lies of P Und auch tatsächlich schwieriger Mal sehen Auf jeden Fall ähnelt es extrem einem klassischen Souls Also einem klassischen Dark Souls Auf den ersten Blick zumindest Ach der Der Trailer, wo wir glaube ich gleich den Kopf verlieren Chad, ich weiß noch nicht viel über das Game Ihr braucht mich jetzt nicht fragen, wie es im Vergleich zu Elden Ring ist Ich kann euch das nicht beantworten Ich bin eine Minute drin Und davon habe ich kein Gameplay gespielt Boris, forgive mich Ich stehe dieses Weapon of Deliverance Das ist ein Schweres im Vergleich zu einem von mir Für mich ist das Und das ist ein Schweres im Vergleich zu dem Oh je, wenn das einer der Endbusse ist. Klasse, Editor. Wir schauen auch gleich, also die Musik ist ja so geisteskrank laut. Wir schauen auch gleich mal, wo wir die Cam und die Werbung hinbewegen. Ich mach jetzt mal hier kurz hier im Charakter-Editor die Cam hier unten rechts hin. Okay, wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Starterklassen. Nicht schlecht, Herr Specht. Wir haben den Kreuzritter. Stärke, Agilität, Beständigkeit, Vitalität. Agilität und Vitalität. Strahlen, Inferno. Kann ich irgendwo... Oh mein Gott, was passiert? Zurückkehren. Kann ich irgendwo die Stats anschauen? Was, was, was bringt? Geht anscheinend nicht. Sieht auf jeden Fall aus wie so diese typische Ritterklasse. Den heiligen Ritter. Stärke, äh, Beständigkeit. Beständigkeit, was ist Beständigkeit? Da ist eine Rüstung, vielleicht Tragegewicht. Vitalität ist ein Herz, quasi, würde ich mal sagen, Leben. Strahlen und Inferno, da ist eine Sonne. Wahrscheinlich hat was mit Magie zu tun, würde ich jetzt mal schätzen. Ich habe mich gar nicht informiert, Chat. Ah, das habe ich schon in dem Trailer gesehen gehabt. Der Kriegswolf. Stärke 16, Agilität 10, Beständigkeit 13, Vitalität 10. Partisan. Partisan. Stärke. Na, sehr, sehr ausgeglichene Stats. Infanterie. Zwei Sperre. Auch sehr ausgeglichen. Waldläufer. Ha! Bloodborne! Digga, so den Bloodborne-Hut gejoinkt. Also eigentlich müsste man ja fast die Klasse spielen. Einfach für... Einfach fürs Feeling. Aber auch sehr ausgeglichen. Also das ist ja so heftig, die Bloodborne-Optik. Optik. Gefällt mir. Aber so eine kleine Axt, nicht so mein Spielstil. Ursprüngliche Gegenstände. Was ist denn das? Okay, es scheint der Heal zu sein. Oh, das sind so quasi die Grabgeschenke. Okay, verbannter Nachsteller. Oh, das scheint die Decksklasse zu sein. Mit zwei Chordsdeuchen. Da sieht sich bestimmt Kaisar wieder. Agilität 16. Okay, dann ist Stärke. Stärke, Agilität scheint hier dann Geschicklichkeit zu sein. Würde ich jetzt mal schätzen, ne? Oreos. Aha. Mönch. Entweder Magier oder so Wunderwirker. Strahlen 18. Die Frage ist, ist es in dem Spiel Strahlen Magie oder ist Strahlen... ...so was wie Wunder in Dark Souls. Feuerkultist. Aha, Inferno 18. Alter, wie geil. Es gibt einfach beides. Oh mein Gott, das sieht nicht mal bad aus. Jetzt wüsste ich halt voll gern, ob der was taugt. Irgendwie feier ich Pyromanten. Sie sind meistens am Anfang des Spiels immer stark. Und dann fallen sie irgendwann stark ab. Zumindest in den typischen Souls-Games. Ja, klar kann man immer gezielt darauf skillen und so, dass sie stark bleiben. Da braucht man immer eine Menge Setup. Und da wir das Game ja jetzt zum ersten Mal spielen. Und Blind kann sein, wir finden gar nicht die Items dafür. Da ist immer Magier oder auch Inferno halt. Nein, das ist immer ein gewisses Restrisiko. Wenn du nicht die richtigen Items hast, das ist ein Problem. Den verdammten. Nackig. Und alles auf 9. Das ist quasi die Battler-Klasse. Auch geil, dass es das gibt. Tja, schwierig. Der sieht schon sehr geil aus wegen der Rüstung und so. Auch recht tanky und Leben. Ich hoffe, ich hoffe nicht jeder Streamer hat hier mit einem Kriegswolf gestartet. Weil er so fresh aussieht. So wie mit der Samurai-Klasse bei Elden Ring. Die Viewer waren so sauer. Ey, Digga, jeder spielt Samurai. Spiel doch was anderes. Sorry, Bruder. Wusste ich nicht, dass jeder Samurai spielt. Ich habe halt die Klasse genommen, die mich am meisten angesprochen hat. Und ich nehme den jetzt nicht, weil ich angeblich rote Haare habe. Aber die Klasse, finde ich, lächelt mich an. Auch einfach wegen Stärke-Waffen. Ist halt einfach ein Klassiker wie Beethoven. Stärke 16. Agilität. Also Geschicklichkeit sehr weit unten, aber ist okay. Tanking ist 13. Leben 10. Würde ich sagen. Nehme ich mit. Start mal rein. So, Kopf. Ich lasse da einmal die Standard-Klasse hier doch eh nicht. Oha, Bruder. Überprüfen. Fast nackt gestartet. Ich würde sagen, ich gehe jetzt mal so rein. Charaktername. So, Chat. Einfach den Redbeard. Spielen. Ich bin gespannt. Von der Schwierigkeit her soll schwer sein, der Aal. Daher noch für die ganzen Subs- und Resubs-Chat gerne mal nachschauen. Vielleicht ist der Prime-Sub ready. Twitch Prime und in die werbefreie Unterbrechung rein. Und ab in den Sub-Chat. Gerade war mir wieder das Zu-Welt-Im-Chat. Und so hat Aureus' Wisdom guide my hand in the Bestowment of this subsequent boon. Alter, let's go, Chat. Ich hab echt Bock. Ich hab richtig Bock. Ich hoffe, ich werd nicht zu doll geknechtet. Das war bei Lies of P echt angenehm. In Lies of P hab ich wirklich einigermaßen bin ich durchgekommt. Ich mach ein bisschen lauter, Chat. Gerade im Menü war es echt zu laut. Auch geil, immer wieder ein Souls-Lake komplett in Englisch. Also, war Lies of P auch, ne, aber... So gehört sich das auch. Ja, ich weiß, viele von euch spielen so Spiele selber nicht, aber mögen es zum Zuschauen. Ich persönlich find das Souls-Genre auch mit das geilste Genre zum selber Zuschauen in Streams oder YouTube-Videos. Bin ich gespannt auf die In-Game-Grafik. Das scheint sie noch nicht zu sein. Oha. Alter, geht voll fit, Mann. Nicht schlecht. Verspecht. Sah in den Streams deutlich schlechter aus. Twitch sei Dank. Okay, Blickefindlichkeit rumdrehen ist schon mal sehr langsam. Direkt ein bisschen anpassen. Oh mein Gott, das Menü. Digga, ich bin überfordert. Hilfe. Wo ist das Menü? Einstellungen da oben. 1. G-Grafik. Gameplay. 1, 4. Dachte ich schon, ist sehr hoch, aber ich mach mal. 4. Bestätigen. Dreieck. Oh nein. Das war zu viel. Sorry, aber am Anfang immer, man muss so seine Blickefindlichkeit finden. Mal 2,5. 2,6. Vielleicht 3. 2,6. 2,6. 2,6. 2,6. 3,6. 3,6. 1,6. Das ist ja mega weit. BTF. Okay, schau mal. Die Cam ist fast über den Ressourcen und wartet, ich tue alles richtig hin. Basecam, so. So, dann seht ihr die Ressourcen. Ich glaube, auch die Itemaufnahme ist auch an der Stelle. Werden wir gleich noch gucken. Die Werbung mache ich. Nein. Meine Tutorial juckt euch ja nicht. Ich glaube, ich habe die Cam nicht angedockt. Ah, Krise. Ja. Hast du, oder? Okay. Verwendete. Okay. Wie sprint ich? Kreis gerückt halten? Nee. Ah, linker Stick. Okay. ist doch noch ein bisschen zu schnell. Noch eins runter. I'm sorry. 10 Minuten Gameplay, 50 Minuten davon Menü. Okay, jetzt fühlt es sich gut an. Okay, Rollen tut man auf Kreis, aber sprinten auf dem linken Stick. Interessant, interessant. R1 und R2. Leichter Angriff. Schwere Angriff. Immer noch zu schnell. Noch eins runter. Ziel anvisieren. Ja. Drei. So logisch, so klassisch. So seht ihr das jetzt. Oder ist meine Cam drüber? Ja, meine Cam ist genau drüber. Muss ich gleich nochmal runter, weiter runter schieben. Ihr wollt wahrscheinlich sehen, wenn ich ein Item aufhinter sammle. Mich persönlich stört das immer sehr als Zuschauer, wenn die Cam sowas überdeckt. Entkräfteter Schäden. Ja, Cam links, Mitte. Oh, der Chat ist noch dabei. Sorry fürs Rumprobieren, aber wenn es einmal sitzt, dann sitzt. Dann sitzt es. Kann ja der Katarant spulen. Wie mit Schuhe anprobieren. Also wenn ich Schuhe anprobiere, dann sitzt das erste Pärchen. Das erste Paar sitzt meistens nicht so gut. Dann probiere ich andere aus und die sitzen noch weniger. Und dann saß das erste Paar eigentlich mit am besten. Ja. Ey, Tyler, vielen Dank für die fünf Nashies. Könnt mal einen Yippie und eine Bombe. Danke für die fünf. Drücke beim was? Achso. X. Oh, warum nicht? Kreisbrook. Schnelle Seitwärtschritte. Okay, und Doppelrolle. Jetzt würde ich gerne mal schauen, was haben wir denn hier eingesammelt. Ein Schädel, der beinahe keine Kraft enthält, gewährt 200 Kraft. Okay. Die klassischen Items, die uns die Ressource geben. Kraft heißt das in dem Spiel. Oder soll das Mana sein? Kraft? Mal benutzen. Okay, Kraft heißt unsere Ressource. Gut. Was ist das hier? Verursacht Feuerschaden. Stimmt, wir konnten ja uns gar kein Grabgeschenk aussuchen. Das ist wohl dann bei den Klassen dabei. Und das hier ist unser Heal Stuff. Verbessert euer Strahlen, um mehr Einsicht zu erlangen. ein Gegenstand. Lampe, Hand. Und hier unten swappe ich durch. Kreuzfeuer. War immer ganz schlimm. Jedes Souls-like hat ja auch ein anderes Item-System. Das ist dann immer ganz doll Krise, da sich wieder dran zu gewöhnen. Ich bin ja jetzt noch kopfmäßig bei Lies of P. Inventar öffnen. Aufnehmen. Aber grafisch bin ich hier echt gerade impressed. Ausrüstung. Mal einen Stein ausrüsten. Wo ist der Stein hin? Habe ich noch so ein Beil dabei? Drücke Steuerkreuz hoch, um in den Fernkampfmodus zu wechseln. Ihr könnt mit Fernkampfwaffe... Ach so, ist das vielleicht die Axt? Alle verbrauchen entweder Munition oder Mana. Verschiedene Munitionsarten und Zauber haben einen unterschiedlichen Verbrauch. Schneller Schuss, zielen durchs Visier. Okay, muss man einfach mal ausprobieren. Ah, okay, hier, so. Das ist meine Hand. Okay, ich verbrauche Ausdauer und Anwendungen. Wie kriege ich denn diese Anwendungen zurück? Overtime vielleicht? Das wäre dann richtig geil. Könnte man immer mal ein paar Äxte reinwerfen in die Luzi. Schon, also, man ist sehr agil. Also, ist ja crazy. Wie finde ich das hier? Motten weisen auf wichtige Orte hin. Wähle Laterne und heb sie mit... Ja, das ist diese andere Welt. Wie geil, oder? So eine geile neue Mechanik. Fälzernes Kreuz. Halte L1 und um einen mit mehreren Treffern auszufüllen. Hä? Okay. Alle Angriffe können kombiniert werden. Einzigartige Kombos. Dazu gehören auch Nahkampf- und Fernangriff. Außerdem können Nahkampf-Stellungen... Oh mein Gott. Komplexes Kampfsystem, Bruder. Also, komplexeres. Experimentiert mit verschiedenen Nah- und Fernkampfwaffen und arbeitet an euren eigenen Stil. Das ist mit Dreieck gewesen. Mit Dreieck hält er die Waffe dann nochmal anders, oder? Ach, doppelhändig und einhändig. Jetzt hat er sie einhändig, oder? Dann war es ein Stich. Au. Ah. L1 ist quasi erstmal der Parry-Mode und wenn ich im Parry-Mode dann so mache, macht er einen Stich. Wenn ich beidhändig das mache, dann macht er einen schweren Schwinger. Okay. Wir heilen mich. Ah, tatsächlich. Unsere Kreuze heilen uns. Wir gehen die Landelampen nochmal so. Kann ich da nichts machen. Ich frage mich, was dieser Multiplikator oben zu bedeuten hat. Bei unserer Ressource steht eine 1,0. Wahrscheinlich kann man irgendwie den erhöhen, dass man mehr Ressource bekommt. Ah. Okay, schon gepeilt. Stolkholz unten. Ja. Erzeugt durch das Halten von Viereck einen Riss, um nach Umbrall zu wechseln. Ihr könnt Umbrall nur an bestimmten Punkten verlassen. Muss, wenn ich bleiben will. Ich will noch nicht gehen. Ach, ihr Wichser. Ich dachte, wofür brauche ich jetzt die Laterne, wenn ich einfach rüber sprinten kann. Da haben sie ja wieder einen gelinkt. Okay, jetzt muss ich Viereck gedrückt halten. Nein, das war Healen. Scheiße. So, und dann Viereck gedrückt. Okay, jetzt sind wir in dieser anderen Welt. Dauerhaft. Unser Leben ist irgendwie weniger, oder? Din, 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 din. Schwächungsschutz. Ziel zu erfassen. Okay. Wie geht's hier? Wie geht's hier? Wenn ihr die Seele eines Feindes entblößt, könnt ihr sie angreifen, um sie zu schwächen. Greift einen geschwächten Feind an, um erheblichen Schaden zu verursachen. Einfach die Seele rausgesaugt. So wie wenn man zu viel TikTok konsumiert. Okay, also diese Lampe kommt echt oft zum Einsatz. Alter. Jo. Boah, was jetzt? Aha. Eine Ladung wird verbraucht, okay. Um eine Ladung wiederzuerlangen, zapft eure Feinde oder Blasen mit R1 an. Das Anzapfen gewährt euch auch zusätzliche geschwächte Gesundheit zurück und sammelt von Feinden im Gebiet zurückgelassene Kraft ein. Okay. Diese Blasen. Wir haben nicht wirklich Leben dazu bekommen, oder? Gibt sogar ein bisschen Ressourcen. Ganz schön viele neue Mechaniken. Aber das ist ja wichtig, lieber Chat, liebe Zuschauer. Dass eine neue Souls-like sich auch eigene Sachen einfallen lässt. Hier, Schwächung. Okay, eure Gesundheit wird geschwächt, wenn wir Umbral betreten. Okay, oder Gesundheit, äh, mit der Laterne irgendwas machen. Das kann wiederhergestellt werden durch Schaden an Gegnern. Werdet ihr getroffen, verliert ihr allerdings die gesamte geschwächte Gesundheit. Also das Totenreich bedeutet immer, da wird es gefährlich für uns. Oh, das ist sogar Slow-Mo dann. Okay. Hm. Ich dachte, da fühlt sich diese Ressource wieder auf. Mache ich irgendwas falsch? Hä? Ich sammle das doch ein. Warum erhöht sich dann der Slot nicht da oben? Oder muss man das bei mehreren Sachen machen? Also die Stärkewaffe, ein saftiger Two-Hit. Schweren kann man sich da nicht. Item. Heilige Quintessenz. Elemental. Was konnte das? Eine Dose mit Pulver, die das erhöhten Schutz gegen Schwäche gewährt. Okay, war wahrscheinlich wichtig im Totenreich. Hölzernes Kreuz war tatsächlich eine Waffe. Also Menü sieht auch sehr gut aus, muss ich sagen. Ein Relikt, das zur Aufwertung der... Ist das unsere... Ist das unsere Laterne? Ah, nee, nee. Das ist unser Healstuff, oder? Ja, das ist eine Ressource, um unsere Kreuze aufzuwerten. Gibt's schon im Tutorial-Gebiet. Da sind sie ja ganz schön großzügig, ne? Okay, ne? Ich bin jetzt am Anfang, wie ihr seht, ein bisschen überfordert gewesen, aber man muss sich alles durchlesen. Sonst frage ich dann wieder tausendmal den Twitch-Chat und dann sind die Leute wieder im Chat sauer. Ey, Digga! Warum liest du die Sachen nicht durch und fragst immer den Chat? Was ist denn da los, Spätzle mit Soße? Drücke beim Fallen R1 oder R2, um einen Storzangriff auszuführen. Zusätzlich könnt ihr den Feind auch mit anrufen. Au! Okay, die Ressourcen kommen anscheinend nicht zu uns, sondern wir müssen sie einsammeln. Also auch wenn ein Gegner runterfällt, dann sind die quasi mit ihm weg, die Ressourcen. Das habe ich jetzt immer noch nicht gepeilt. Ich soll das doch... Ah, das war verdrückt. Ich soll doch wieder diese Anwendungen aufladen, indem ich hier die Blasen konsumiere. Ach, jetzt ist sie auch voll gegangen. Man muss anscheinend aber mehrere Blasen konsumieren. Durch einen Seelenschinder kann ein Feind mit... In eine Richtung gedrängt werden. Höh? What the fuck? Das habe ich nicht gepeilt. Ich habe eigentlich nach... Ach, ich muss wahrscheinlich das gedrückt halten in die Richtung. Forcht. Je länger ihr euch in Umbrall aufhaltet, desto mehr werden die Bewohner auf euch aufmerksam. Ja, das ist ja großartig. Je länger ihr... Ah, desto gefährlicher die Einhörer... Die Jagd auf euch machen. Mit dem Auge ist das gekennzeichnet. Das füllt sich. Oben rechts. Macht kein Auge, Chat. Oh nein. Die machen Auge. Die Toten. Pepo run, ich muss hier raus. Ihr Fickfotzen. Oh ja. Ey, Sui, danke für den frischen Prime. Also ja, ich merke auch die Performance-Chat hier und da. Aber bis jetzt... Grafik lecker. Schläge fühlen sich gut an, wuchtig. WTF, wo ist der hin? Hat unsere Waffe eine Haltbarkeit? Ich sehe keine. Imagine keine Waffenhaltbarkeit. Okay, jetzt ist unser Multiplikator da oben sogar ein bisschen hochgegangen. Es scheint so zu seinem Totenreich spawnen die einfach neu. Hup, 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 hup. Also wenn man richtig lange im Totenreich ist, müssen doch dann irgendwann so krass viele Gegner kommen. Dann kann man farmen. Also bis jetzt... Angenehm. Bin gespannt, was das Game noch zu bieten hat. Und ich bin Hype-Chat. Endlich ein neues, geiles Soul-Slack. Nach Life of P einfach noch ein Leckermäuchen. Let's fucking go. Der Abend ist doch jung, gegessen ist. Koffein in den Venen am Pumpen. Heute wird eine ehrenlose Session. Was ist das Auge? Also wie gesagt, das Auge, wir nennen es jetzt mal Reich des Toten. Wenn wir uns in dem Reich des Toten, der Toten aufhalten, dann wird dieses Auge füllt sich. Also quasi die Bewohner in dieser Welt werden dann immer mehr auf uns aufmerksam. Und dann spawnen die, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, einfach vermehrt. Und werden vielleicht auch stärker. Ah, hier können wir zurückkehren. Na, schau mal einer an. Okay, dann raus da. Noch keine Trophäe. Was ist denn das? Jetzt sind wir hier. Aha. Gut. Sehr geile neue Mechanik. Haben sich schön ausgedacht. Haben sich schön ausgedacht. Na, Souls-Likes, die sich an der FromSoft-Formel bedienen, müssen auch immer irgendwas eigen machen. Ein sogenanntes Alleinstellungsmerkmal haben. Jetzt gehe ich mal hier durch. Da hatten wir ja noch eine Statue. Aber wenn ich mir das jetzt richtig gefeilt habe, dann dürfte diese Statue... Was komisch ist. Das Tutorial ist immer an den jeweiligen Raum gekoppelt. Und immer, wenn ich jetzt hier reingehe, kommt das Tutorial nochmal. Also hier hätten wir quasi auch das Totenreich verlassen können. So, und dann vier gedrückt halten. Richtig, so. Und hier können wir es wieder verlassen, oder? Ach, deshalb war das da. Okay, geil. Und wir wissen immer, Schmetterlinge zeigen uns wichtige Orte. Ist auch immer so ein kleines Detail, was ich in den Spielen feiere. Also bis jetzt. Leckerschmecker für den Decker. Oh, hallo? Ach, das Auge ist weg. Warum ist das Auge weg? Kann ich jetzt das Tor aufmachen? Tür öffnen. Warum ist das Auge denn jetzt weg? Den, 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 den. Oh, Digga! Oh mein Gott. Also der Grafikstil, Chat, der ist es. Sofort bin ich in love. Der Grafikstil. Der schreit so unfassbar nach Dark Souls. Das ist ja wirklich unerträglich. Wie geil. Auch auf YouTube dann auch gönnen, Chat. In 2K. Auf Twitch sieht das Game wirklich, ich hab Leuten zugeschaut, auf Twitch sieht das Game deutlich schlechter aus, als wenn ihr es selber spielt. Real Rap. Das ist halt Twitch mit ihren begrenzten Ressourcen. Okay, das sind unsere Bonfires. Die müssen wir aktivieren. Und wir können da auch hin teleportieren. Wir können Runen-Charakter aufwerten. Da gucken wir doch mal rein. Was kostet ein Level? Was? So viel? 1982. 182. Seht nicht aus, als wäre ich reich oder was? Okay, wo sieht unser Scaling? Angriffskraft. Haupthand. Das sieht man sofort. Plus 12 Damage. Mit einem Punkt. Das kommt mir jetzt gerade ganz schön viel vor. Agilitätsgelegen ist das nicht. Beständigkeit. Beständigkeit. Vitalität. Bestrahl. Da mehr Gewicht und Gesundheit steigt. Beständigkeit ist tatsächlich die Ausdauer. Und das Gewicht. Okay, Vitalität ist Gewicht und Gesundheit. Beständigkeit ist Ausdauer und Gewicht. Bisschen Leben. Ja, la. Spiel, by the way, im Offline-Modus. So, jetzt will ich mal schauen, was hat denn unsere Waffe für ein Scaling? Ein Stärke minus C Scaling. Physisch 125 plus 10. Voraussetzung Stärke 16. Das, was unsere Klasse hat. Wo? Gibt es hier keinen? Gibt es in dem Spielchat keine Möglichkeit, sich Stats und Sachen durchzulesen? Sonst gibt es doch eigentlich immer so einen Hilfeknopf. Der fehlt mir gerade ein bisschen. Ich hätte mal gerne die Stats mir durchgelesen. Aber gibt es hier irgendwie nicht. Ah, wir müssen rasten, damit sich das aufhört. Rune. Warum lädt denn dann das Game neu? Hä? The fuck? Also haben die da drauf verzichtet? Okay, das finde ich... Ja, das ist jetzt für mich nicht schlimm, Chat. Aber für neue Spieler ist das immer doof. Das ist immer ein Game Changer, wenn man sich das alles durchlesen kann. Okay, wir haben eine Karte bekommen. Übrigens finde ich gerade den Subchat so angenehm. Was ist das hier? Eine Motte gegen Kraft... Ist das unser Heimkehrknochen? Aber unsere Kraft ist weg. Also einfach... Ne? Klassisches... Ja. Zum letzten Rast zurückkehren, aber alle Ressourcen sind weg. Dann gibt es hoffentlich das Ding auch noch in Besser, wo man nicht alle Ressourcen verliert. Haben wir ja bei Elden Ring gar nicht gehabt, weil man ja da immer reisen konnte. Sobald man nicht im Kampf ist. Okay, blocken. Halte L1 gedrückt, um zu blocken. Schwächt eure Gesundheit. Greife Feinde an, um geschwächte Gesundheit wieder herzustellen. Wenn ihr... Okay. Bisschen so... Blockbomb, ne? Drücke unmittelbar, um ihn zu parieren. Aha. Es gibt einfach ne... Ne perfekter Parry-Mechanik. Die Haltung eines Zerfeindes wird durch Angriffe geschwächt. Jeder Angriff verursacht unterschiedlichen Haltungsschaden. Exzöre, perimentiere also rum. Sobald die Haltung eines Zerfeindes... Bring ihn mittels eines geladenen, schweren Angriffs, einer Parade oder eines Tritts ins Wanken. Ja, moin. Es wie das groggy-System aus Lies of P-Chat. Wenn er quasi anfällig ist, müssen wir trotzdem noch etwas machen. Es uns quasi verdienen, den Crit. Fügt einen ins Wanken geratenen Feind mit R1 einen verheerenden Schlag zu. Okay. Habe ich in Lies of P gefeiert. War was Neues. War aber auch immer in Bossfights unfassbar frustrierend, wenn man es nicht geschafft hat, das auszulösen. Und hat einen immer zusätzlich unter Druck gesetzt. Hey, Tövlan, danke für 62 Monate mit T3. Ah, natürlich, ich habe so Bock zu zocken gerade. Yippie. Oh, First Boss. First Boss, ich bin nicht bereit. Ist der hässlich. Ach du Scheiße. Rappel dich auf. Okay, das Kampfsystem ist wieder ganz anders, ey. Heider, witziger. Oh nein, Saurons Auge. Och, der ist schon wieder. Give me that lamp. Nein. Hä? Der soll uns jetzt bestimmt töten, oder? What the fuck? Hey, was soll das, Mann? Ja, der soll er ihn töten, Chat. Der soll er ihn töten. Aber Trophäe. Was ist jetzt passiert, hä? Auch hier und da der eine, der ein oder andere kleine Rockler. Hä? Der ein oder andere kleine Rockler in der Zwischensequenz. Ist das doch nicht der Tutorial-Boss? Normal, oder was? Der hat mich gewonshottet. Ja. Ja, klassisch. Ja. Aber Vorsicht. Einige Feinde können sie vor dir aufheben und du musst sie besiegen, um sie zurückzuerlangen. Wie in Bloodborne, wo die Gegner auch deine Seelen einkassieren können. Wenn ihr jedoch in Umbrall sterbt, bevor ihr die zurückgelehrt, dass ihr eine Kraft eingesammelt habt, ist sie für immer verloren. Auch ein Klassiker. Din, 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 din. Okay, der Boss ist jetzt weg. Ich glaube, der soll einfach einen Eimer hops nehmen, damit man weiß, wie es ist zu sterben. Glaubt ihr, man kann den besiegen? Ich habe ihn nicht einmal gehittet. Also, ich bitte euch, der fliegt an irgendein Portal und speilt Feuer und ich bin direkt tot. Aber man ist mega fast. Schaut mal, schaut mal euch das an, wie schnell ich hier absprinte. Pepo Rush. Abgezogene Haut. Klingt ja eklig. Hier ist eine Türe. Also, wir kommen hier nicht weiter, auch nicht in der anderen Welt. Okay. Also, es ist echt fast. Nur halt, ne, wir sind nicht im Kampf und verbrauchen Ausdauer. Aber wir haben ja den längsten Ausdauerbalken aller Zeiten. Umbralparasiten. Verschmelz und sie schützen uns stärken. Wähle mit deiner Laterne. Zapf ein Parasiten an, um ihn zu zerstören. Oh, hier, Schädlingsbekämpfer. Wichser. Hä, das wollte ich gar nicht. Was ist passiert? Achso, jetzt habe ich wieder seine Seele rausgezogen. Bruder, ich bin ja noch so lost. Was jetzt passiert? Hier. Was wollte ich gerade machen? Achso, ich muss ja parieren drüben. Dann mache ich den. Ein bisschen schneller angreifen. Genau, und das war der Stichangriff. Okay, der Laternenknopf ist immer der. Passt. Mann, das ist euer Weg. Blockiert ist. Aha. Okay, wir müssen wieder die Welt wechseln. Schon eine geile neue Mechanik. Aber irgendwas sagt mir, dass diese Todeswelt sehr gefährlich ist auf Dauer. Wohl geil, dass man da Ressourcen kriegt. NPC? Hallo? Der eiserne Reisende. Passt die Lautstärke bei euch, Chad? Auch im Kampf? Nee, ich habe wirklich noch gar nicht, Chad, ich habe vier, fünf Minuten bei Reapers zugeschaut. Weil wirklich absolut blind hier. Kann man NPCs hauen? Kann ich seine Seele sehen? Deswegen auch Subjet, ja. Teleportieren, Charakter aufwerten. Okay, an den Bonfires. Ah, wenn man rastet an den Bonfires, ist man auch wieder in der normalen Welt. Ich verstehe. Okay, ich dachte nämlich... Wir kriegen jetzt mein Stuff-Zeug. Hallo? Wo liegt das jetzt? Da unten nicht. Wo ist denn jetzt der Stuff? Hallo? Ich habe es noch. Ach so, weil ich ins Totenreich bin. Ah. Okay, wenn man stirbt, kommt man immer ins Totenreich. Okay. Ach Gott, hä? Wo ist meine... Wo sind meine 672... Kraft! Also, wir hatten Blutechos in Bloodborne, Seelen in Demon's Souls, Seelen in Dark Souls 1, 2, 3, wir hatten Runen in Elden Ring, wir hatten Echos in Lies of P und imagine, wir haben Kraft in Lords of the Fallen. Also, Bruder, was für Kraft, Mann. Und dann, wir hatten en und den und den den Was sind wir jetzt hier? Laura? Reste. Noch zuckende Überreste aus Umbral-Stigmas. Kann mit Molhu gehandelt werden. Hier eine Handlungsressource. Din, 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 din. Jetzt sind wir halt wieder im Totenreich, ne? Ich muss jetzt einfach nochmal abspielen. Was mir schon mal gefällt, unsere Waffe ist schwer und schlägt die Gegner aus der Haltung. Probiere ich mal die Wurf-Sachen. Wie aber füllt sich das wieder auf, frage ich mich. Weil der Damage is not bad. Die Mädchen, die haben einfach 1 HP. Ich geb dir einen Stich in der Hut. Feuersalze. Ja, beim Rasten wäre schade, wenn es nur da ist, ne? Dann sind es ja wie so begrenzte Pfeile. Imagine, die überleben mit einem HP. Aber in welch beidem nicht nehmen, dann nicht. Poolt in der Hut. Din, 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 din. Weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll. Dass in der Welt hier einfach die Gegner nachspawnen. Auf gemütlich. Ich freu mich auch, was passiert, wenn das Auge sich weiter füllt. Kommt dann irgendwann so eine Art Elite-Gener? Wahrscheinlich, ne? Irgendwann kommt dann jemand, der sagt, jetzt hast du hier genug im Totenreich rumgekrochen. Bis jetzt echt rund solide. Also die schwere Waffe taugt mir bisher. Nein, ja, taugt mir. Geile Starter-Klasse. Din, din, din. Mal so schnell. Din, 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 din. Din, din, din. Din, din, din. Imagine, ich hätte einfach einen Punkt in Stärken gespielt. Dann würden die Gegner manchmal nicht ihr One-Hit überleben. Vielleicht mach ich das gleich noch. Okay, die Ausdauer-Regeneration ist nicht so riesig. Din, 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 din. Ich komm mal ran auf den Meno. Nein, ich hab die Äxte nicht mehr. Kann ich irgendwas anderes benutzen? Auch Warf-Objekte. Din, 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 din. Hallo? Kein Sturzschaden. Lachergegner. Bro, wo schlägst denn du hin? Kann ich irgendwo sehen, was ich brauch zum Aufsteigen? Charakter. Ja, brauch ich. Seh ich. 2.155. Ist das richtig? Ne, so viel hab ich. Ich brauch 2.033. Das ist immer das, was rechts steht. Okay, also kann ich mich einmal upgraden. Das probier ich kurz. Din, 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 din. Korts aufwerten. Ein Punkt in Stärke. Boop, boop. Tja, man ist so schnell. Guckt euch das an. Der Charakter hat so Bock gerade. Guck mal, wie der absprintet. Zack, 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 zack. Ein Punkt in Stärke. Und wir kriegen unsere Beile wieder. Und können dann dieses Item aus der Leiche uns holen. Ein Punkt in Stärke. Zack. Hä, es macht gerade echt richtig Bock, Chat. Ich weiß noch nicht, was alle haben. Voll, voll, voll Lacher-Game. Was ist denn das jetzt? Oh mein Gott. One-Hit-Fast bin ich. Doch kein Lacher-Game. Just, we have a problem. Hier, solange man nicht getroffen wird, Lacher-Game. Aber sobald man getroffen wird, nicht mehr Lacher-Game. Was haben wir denn hier? Ach ja, Lampe. So. Was ist das? Ist das eine Nachricht? Wieder ins Totenreich? Hä? Was ist das? Ach so, anvisieren. Was ist das jetzt? War das vorhin schon da? Was ist passiert? Was zeigt uns das an? Loot? Lootimuti? Ich muss aufpassen mit der Ausdauer. Aufpassen. Was ist das da unten? Irgendwas, was die Gegner auf mich wirken. Kleiner Klompen. Oh, hier ist irgendeine Mücke. Irgendein Insekt. Das fliegt wieder die ganze Zeit ins Keylight rein. Okay, okay. Schwere Waffe wieder. Sehr angenehm. Ah. Wie ging das? Nee, anzapfen. Also, dass in dem Totenreich einfach hier immer Gegner spawnen, weiß ich nicht. Das setzt einen ja dann immer unter Druck. Hast du nie deine Ruhe. Hier. 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 WTF? Ja, na klar. Hier, Gier. Ganz schön tanky, der Brie. Der Deathstream. Okay, jetzt sind wir wieder in der richtigen Welt. Habe ich jetzt noch nicht verstanden, was diese roten Schmetterlinge bedeuten. Vielleicht ist auch einfach der Weg. Der wird kein leichter sein. Daneben. Nicht daneben. Bro, also die machen schon auch Damage, die Gegner. Aber vielleicht, vielleicht ist meine Klasse mit einer recht stabilen Waffe gewaffnet. Aber dafür nicht tanky. Also von der Rüstung. Könnte ich mir vorstellen. Also ich kriege schon sehr krassen Damage rein. Ich meine, hier so normale Gegner machen mich fast du. Aber dafür mache ich auch Damage. Okay. Also ich weiß nicht, ob die mich jetzt... Ja, ich wollte gerade fragen, ob die mich cool hätten. Ich würde sagen, nicht. Gott. Ich habe auch meinen Heal noch nicht verstärken können. Und jetzt ist langsam auch der Ausdauerhaushalt. Nicht mehr das Gelbe vom Ei. Jetzt habe ich schon wieder keinen Heal. Und hier sind so viele Gegner, Mann. Oh nein. Das Spaßpaket ist schon wieder vorbei. Jetzt sagt mir nicht, dieser mega schwere Gegner hat meine Seelen. Er hat sie. Du Dieb, du. Toll. Ich kann gar nicht fighten. Null HP. Okay. Och, Digga. Moos Stoß. Nicht weg, sind die eine Leiche da noch mit. Also Spaßpaket ist was anderes. Das sind halt viele Gegner. Warum konnte ich nicht werfen? Werf mal. Hä? Kann ich das nicht werfen? Hallo? Ach so. Ah. Kein Schnellwurf geht da, sondern nur der normale. Hey, der trifft nicht mal. Knapp. Jetzt fehlt mir ein bisschen die Life of P-Mechanik. Dass unser Heal sich wieder auffüllt, wenn wir Gegnern Damage machen. Junge, war das eine geile Mechanik. Munitionstasche. Oh. Füllt das vielleicht das wieder auf? Verwenden. Oh mein Gott. Wieder die Äxte voll. Geil. Okay, okay, okay. Oh, ne dicke Kiste. Ich hab das Item gerade bekommen, bevor die Kiste offen war. Heilige Verurteilung. Ne Waffe. Okay, die Frage ist, muss man diesen Boss da legen? Und sind die Gegner im Totenreich noch stärker? Ich würde sagen, ich gehe Quartz pissen. Und dann fighten wir nochmal gegen den Boss. Ohne davor einen Slow klopfen zu lassen. Bis gleich, Chit. Ich hau wieder eine Werbung rein, dass während des Gamecats gleich keine Werbung hat. Bis gleich, Chit.